Aber Lindemann wäre nicht Lindemann, wenn er daraus nicht eins gelernt hätte. Er muss nur das Stöckchen hinhalten, sodass die Journalie jedes Mal, aber absolut jedes Mal, wenn sie das Stöckchen sieht, drüber springt und Saltos schlägt. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar heute über Till Lindemann und Frank Zepper. Ich weiß, das ist ein musikalisch sehr gewagter und sehr weiter Spagat. Über ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte, aber es lohnt sich. Mein Name ist Chris. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr alles rund um Rammstein, die Person von Till Lindemann und was für Verwerfungen er in den letzten Monaten und Tagen nun im deutschen Medienwald verursacht hat. Ja, und das war einiges. Losgetreten wurde es dieses Mal von 16 Sekunden. 16 Sekunden aus dem neuen Musikvideo zu seinem Coversong Entre dos Tierras, den er in diesen Tagen rausgebracht hat. Und das neue Musikvideo schließt nahezu schlüssig an Nassschweißlecker an. Es geht um die Zerrissenheit. Es geht um den inneren Dialog, den Tanz der Dämonen, der entsprechend dramatisiert und visualisiert wurde. Es ist videografisch wie musikalisch ein absolutes Muss für alle die, die sich mit Lindemann schon seit längerem beschäftigen und eine alternative Untergänzung zum klassischen Rammstein-Programm. Ja, und es ist spannend, denn dieses ganze Video stammt aus dem Jahr 2020. 2020 ist in Mexiko damals produziert worden und ähnlich wie die anderen Videos, die teilweise aus Russland, stammen eben schon zwei bis drei Jahre alt, von Produktion bis Schnitt. Ja, und das ist deswegen so wichtig, weil wir erinnern uns ja alle, es gibt nämlich unter den Menschen da draußen sehr viele, die Rammstein schon immer kennen und Rammstein schon immer verfolgt haben und damit auch mit der Frontfigur Till Lindemann zu tun hatten. Und es gibt all jene, die auf Rammstein und Lindemann erst im Laufe des letzten Sommers gestoßen sind. Warum? Nun, da ist er medial durchs Dorf getrieben worden. Der gejagte Tabubrecher, der offensichtlich ganz, 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 ganz schlimme Dinge gemacht haben soll, so haben zumindest einige Damen behauptet. Das wurde dankbar von der Mainstream-Media-Abteilung aufgegriffen und davon Leuten, die von Musik relativ wenig Ahnung haben, aber ein Gespür dafür haben, wie man vogue sein sollte, was man heutzutage tun sollte, um auf der richtigen Seite zu stehen, um hier einen Maßstab und ein Exempel zu statuieren, hat man versucht, Till ans Kreuz zu nageln, zumindestens medial, und ihn zur Schlachtbank zu führen. Das hat absolut nicht funktioniert. Man hat die Kraft der Fans unterschätzt und sich selber hoffnungslos vergriffen. Till Lindemann hat auch das einzig Richtige gemacht. Er hat seine Anwälte aufräumen lassen und hat nun das Feld im Nachhinein konsequent weiterhin beackert. Und das in einer Genialität, dass wir uns damit ganz kurz beschäftigen, denn ihr dürft eins nicht vergessen. Was war der Plan? Der Plan war, ich sagte es Ihnen eben schon, ab Mitte des Jahres zur medialen Schlachtbank zu führen. Und viele hätten das persönlich nicht überlebt. Hier ging es nicht nur gegen ihn, hier ging es gegen Familienmitglieder. Hier wurde das ganz große Kaliber ausgepackt, um einen Menschen an die Wand zu stellen. Anders kann man es nicht sagen. Rausgekommen ist nichts. Und es hat noch nicht einmal gereicht, um ihn am Nasenring durch die Manege zu führen. Aber Lindemann wäre nicht Lindemann, wenn er daraus nicht eins gelernt hätte. Er muss nur das Stöckchen hinhalten, sodass die Journalie jedes Mal, aber absolut jedes Mal, wenn sie das Stöckchen sieht, drüber springt. Und Saltos schlägt der Empörung. Nun ist aber Empörung nichts anderes als Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist gar nicht so schlecht fürs Geschäft. Denn auch wenn keine neuen Fans dazukommen, die bis dato auf der absolut gegenteiligen Seite gestanden waren und nichts anfangen wussten mit Rammstein oder Lindemann, so gibt es sehr viele, die nach wie vor Rammstein und Lindemann feiern, weil sie Fans sind. Und da hat die Presse nichts dagegen zu setzen gehabt, wenn dann die lila Pappschild schwingenden Krawallschachteln draußen vor den Konzerten gestanden sind. Dann war das eben so. Aber es sind sehr viele dazugekommen, die bis dato Rammstein und Herr Lindemann gar nicht auf dem Radar hatten und aufgrund des medialen Zerwürfnisses hier gedacht haben, hören wir mal rein und hängen geblieben sind. Ja, und was ist jetzt passiert? Nun, diese 16 Sekunden zeigen eine vermeintliche, nicht einvernehmliche Aktion zwischen zwei Erwachsenen. Und diese Schilderung, ihr seid mir nicht böse, dass ich es so blumig umschreibe, ist der Tatsache geschuldet, dass YouTube nun mal ein amerikanisch-seporitarischer Sender ist und sehr empfindlich ist, wenn man die ein oder andere Sache hier beim Namen nennt. Ihr wisst aber, worüber ich rede. Und diese 16 bis 18 Sekunden sind so genial geschnitten, dass genau das passiert. Till hält den Stock hin und die deutsche Journalie hüpft im Ansatz drüber. Einer nach dem anderen. Das ist so wie Schäfchen zählen oder damals wie Moorhund schießen. Es hat dazu geführt, dass ein Cover-Song, zugegebenermaßen von einem sehr renommierten spanischsprachigen Song, denn die Kultband Ereos del Silencio, hat diesen Song tatsächlich weltweit zu Ruhm verholfen. Und einen solchen Cover-Song, den hätte man auch so an den Markt bringen können, aber durch dieses Skandal umwitterte, ist so etwas eingetreten wie damals bei Red Bull. Wir erinnern uns, bei Red Bull war es ja auch so, Red Bull als Energy-Trink wäre gar nicht so fulminant gestartet, wenn es nicht diesen Hauch des Verbotenen gegeben hätte, wenn man nicht im Skiurlaub in Österreich darüber gestolpert wäre und gewusst hätte, ich muss ihn im Kofferraum über die Grenze schmuggeln, weil in Deutschland ist er ja illegal und damit bin ich ja einer von den ganz bösen Bad Boys und ich habe dann Dealerware dabei und konnte mir zu Hause etwas dafür kaufen, dass ich der Held bin, der Red Bull mitgebracht hat aus Ichgeld. Ja und genau so ist es, wenn man sich anschaut, dieses Bad Boy-Image und dieses Ach, dann müssen wir doch mal da reinschauen, was sind das denn für Szenen, hat dazu geführt, dass selbst dieser Teaser eine unglaubliche Klickrate gehabt hat. Menschen mussten mal wieder sehen, worüber man sich aufregen kann und wer jetzt das ganze Video mal sich anschaut, stellt fest, ich sagte es eben schon, es läuft in der Tradition von Nass, Schweiß, Lecker, in der Tradition des neuen Albums Sunge und fügt sich hier in die Zerrissenheit des Protagonisten ansatzlos ein, ist also eine herausragende Leistung und ja, es ist tatsächlich so. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema zu sprechen. Frank Zepper und Till Lindemann haben hier eine Waffenallianz sozusagen. Frank Zepper, ihr kennt ihn, begleitete mich in meiner Jugend. Meine aller, allererste Single, die ich mir damals gekauft habe von eigenem Geld, war tatsächlich Bobby Brown und Stick It Out. Warum? Weil ich es wollte, weil ich es konnte und weil ich die Texte sehr genial fand und sagen musste, ich fand es klasse, wie man hier der ach so braven, biederen Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat, wie man hier dem amerikanischen Traum die hässliche Seite entgegengehalten hat. Und für mich war es damals so, dass es mutig war, einen solchen Tabubruch zu instrumentalisieren und dass ein so hochintelligenter Musiker, ein Genie, wie Frank Zepper es war, hier mutig gegen das System marschiert ist. Und wer sich mit der Figur von Frank Zepper beschäftigt, merkt, dass es hier unglaubliche Parallelen gibt in seiner Auffassung, in seiner Konsequenz zu Till Lindemann. Und auch bei Lindemann, bei Till ist es so, dass wir eins nicht vergessen dürfen, diese Gradlinigkeit, diese Konsequenz, mit der er seine Linie verfolgt. Die kann man mögen, die muss man nicht mögen, aber sie ist in sich absolut schlüssig. Und das haben wir in der heutigen glattgeföhnten und moralin abgelutschten Gesellschaft relativ selten, dass es Künstler gibt, die ihre eigene Linie, die ihren eigenen Anspruch über den Mainstream und das aktuelle Gefühl für das, was das Volk will, setzen. Denn ich glaube, das Gespür für das, was Menschen wirklich antreibt und bewegt, ist bei Lindemann wie damals bei Zepper extrem ausgeprägt. Und ich verneige mich im Grunde genommen vor beiden, lasse euch aber heute nicht gehen, ohne an eine klitzekleinigkeit zu erinnern. Obwohl Frank Zepper in seiner Hochphase Ende der 70er, Anfang der 80er aussah wie das, was wir einen Hippie nennen, hat er die Hippie-Bewegung bis aufs Blut abgelehnt. Warum? Weil er gesagt hat, das sind gelangweilte Kinder aus besseren Familien, die so tun als ob, die sich wegdröhnen, die ihre inhaltslosen Leben damit anfüllen wollen, eine Kultur zu generieren, die da draußen keine Existenzberechtigung hat und keine Überlebensfähigkeit hat. Sie beschäftigen sich nicht mit dem realen Leben, sondern mit dem, was in dieser Bubble für sie Bedeutung hat, aber draußen nichts ist, was in irgendeiner Art und Weise etwas ändert. Für mich eine ganz klare Haltung und er war für die damalige Zeit sozusagen der Lindemann der 70er und 80er Jahre. Heute sollten wir froh sein, dass wir Künstler haben, wie einen nun über 60-jährigen Till Lindemann, der nicht müde wird, diese Vision dessen, was er für richtig hält, unter seine Fans zu bringen. Im Übrigen ist einer seiner größten Fans, gerade bei dem neuen Song, der so diskutiert wird, zumindest in Deutschland, Enrique Bunbury. Das ist kein geringerer als der Liedsänger von Ereus del Silencio, also der ursprünglichen Band, denn er hat das Musikvideo, wie ihr hier sehen könnt, auf seinem Ex-Kanal geteilt. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich versuche, meine Stimme noch ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao for now. Euer Chris.